So Freunde, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Balloons Tower Defense 5 Ich überlege gerade mit welchen, welchen Tower ich gerade aktiv habe, dieses Spezialgebäude, weil wir ja 1300 Gold haben und 1300 Dollar Könnten wir jetzt theoretisch die explosiven Dinger da machen, ne? Macht die Falle so, wo feil auf ein Explosiv? Können wir machen, logo Fertig gekauft, das Ding ist also Maximum genauso wieder wie, ne, das ist noch gar nicht Maximum, war das Ding hier Stimmt, da wurde mich mal abgehalten, ich sollte das nicht machen Weil der Skill angeblich nicht so toll sein soll, er schafft ein Schatten-Double-Einsen-Ninjas Na gut, machen wir weiter Und zwar hier, neues Spiel und es geht weiter mit, äh, schauen wir mal, wo Mittel noch nicht haben Hier steht jetzt auch die 25% haben wir schon die ganzen Medaillen auf Anfänger Also müssen wir ins Labor machen, wo ich wieder sehe, dass da was, dass da Wasser ist, richtig? Ist da Water? Ist das Water? Das ist richtig krasses Water Okay, wir haben ja unsere geilen, wo kommen die nochmal rein? Hier rein, ne? Dann laufen sie, glaube ich, hier lang Dann hier lang und dann irgendwie so laufen die lang Zumindest kommen sie da oben rein Weil das auch keinen Unterschied macht Weil die extrem krasse Range-Erhöhung Ist das kein Problem Da kann ich jetzt natürlich keine Dings reinsetzen Ah ne, die laufen hier einmal rum Dann gehen sie hier, dann wahrscheinlich hier einmal rum Dann gehen sie hier und dann hier und rechts, links wahrscheinlich Äh, also es wird unterschiedlich sein Kennen wir ja Range-mäßig ist der wunderbar, der ist auch gut Dann würde ich sagen, dass jetzt mal jetzt noch ein U-Boat Müscht natürlich auch irgendwie ein paar mehr, ein paar mehr Dings dann hinsetzen Blumenhäckse? Naja, ich glaube, jetzt können wir mal die Blumenhäckse mal sein lassen Jetzt habe ich gleich keinen Bock mehr auf den Blumenhäckse Gerade kein Bock mehr So, wir können erst mal testen, wie die Dinger explodieren Das ist aber von meinem Affen, ne? Von meinem Genau, das ist, glaube ich, von den Wurfpfeilaffen Hätten wir mal vorhin skinnen sollen Aber egal Bisschen Rage erhöhen Gleich Na, das hört sich immer die ganze Zeit scheiße an Wenn die ganze Zeit explosive Pfeile da sind Aber wir brauchen jetzt da keine Keine Dingens mehr Genau, die werden nämlich auch kaputt gemacht Die Lee Balloons Das ist sehr gut Boah, es gibt aber ziemlich auf den Sack, ehrlich gesagt Dieses Geräusch Wollt ihr auch? Wenn das ständig irgendwas explodiert? Alter Schwede Wie ätzend ist das denn? Okay, den Bumarer werden wir auf jeden Fall mal hinpacken Der hat ja hier ein bisschen, ne? Einer hat was für eine Range, dieses Affenlauf hat Mit dem Bionic Dingens wieder Genau, der romischer Boomerang Na, Tarmalons kann natürlich der Dingens nicht angreifen Der Cyborg Boomerang Können wir nie mit sieben Blooms Das ist so krass Der Boomerang, das ist teilweise so stark Das ist Wahnsinn Die liefen wir auch gleich noch So Der Dingens wird das schon Wird das schon regeln, denke ich mal So Gleich noch die Ballonkraft erhöhen lassen Zack Mehr Ballons platzen 300 600 450 Aber der hat schon 2 1 Also ich glaube, gegen den kann keiner anstinken Gegen das U-Boot Das ist einfach zu krass Das hat einfach zu krass Damage rein 2.000 Money Das ist natürlich gucken, wie wir den Moop kennen Jetzt haben wir kein Dings mehr Ganz kurz mal gucken, ob der jetzt auch günstiger Wunderbar Der kann ja auch platziert werden Es werde mich überall Dings umsetzen, damit meine Top Spionage wird nochmal funktioniert Auch für die Moops dann später Der hat auch schon wieder 1006 Das ist jetzt auch nicht so viel Gegen das U-Boot wird er einfach nicht anstinken können Achso, der nimmt sich immer einen Dings in die Hand Der hat einen Gliefen, der wieder zurückkommt Und schießt ihn dann Zumindest sieht es gerade so aus Freischaden auf Rang 49 Zuerstellt bis zu einem Somp Also die stärkste Ballonklasse überhaupt Letzte Range bis dahinter Wobei der hat ja auch eine normale Range Aber der hat leider nicht genug Range Bis dahinter hätte ich mich mal da unten hinsetzen sollen Ist auch egal Radarscanner brauchen wir eigentlich nicht Machen wir aber nicht trotzdem Oh, der Frosthau wäre nicht schlecht da hinten Es gibt so geile, so geile, so geile Affen Ja, da hinten war ich jetzt noch nicht mit dem Mit der Vorbereitung für den, für die Range Ich habe ja gewissermaßen ganz, ganz viele kostenlose Affen Ist ja das Tolle daran Die mich einfach nicht jucken, ob ich die Ja, einfach hinsetzen Hinsetzen, Auswand, fertig Und der Rest Na, hier muss ich noch Wobei, wenn ich jetzt hier so ein Ding hinsetze Könnte man sich hier richtig den da sparen Den kleinen Dart Monkey da hinten Die Ranger-Erhöhung What the fuck Ich werde den Hortzen lassen Was ist das für ein richtig krasses Flaggschiff Okay, also die ganze Map ist abgedeckt Jeder kann überall hin Oh, die kommen überall hinschießen Und die Morps verhalten ist auch nicht lange durch What the fuck Okay, jetzt kommen wir mal Diese sind diese Flugzeugträger-Skillen Das sollte jetzt eigentlich keine Schwierigkeit werden eigentlich Und da werde ich gerne noch eine Eistower hinbauen Weil ich die Eistower genial finde Zumindest diese Splitter-Dinger da Das müsste, glaube ich, der untere Zweig gewesen sein Aber erst was gehen wir den hier Das ist wichtiger 1400, das müsste sogar in der Runde netz sein Mal gucken So, okay, nix Dann halt der in der Runde Jetzt der Flugzeugträger What the fuck Ist das denn für eine Kacke Holy shit Aber der greift nicht so schön an Wie der andere Wie der Na, ihr wisst schon Er hat halt keine Range Wirklich Wobei, die können verfolgen Verfolgen die? Nee, verfolgen nicht Nee, finde ich nicht so toll Ehrlich gesagt Da will ich immer meinen alten wieder haben Wobei, die schießen auch noch so Dinge ins Alter, ist das krass Es ist nicht schlecht Aber ich finde den anderen besser Gefühlt Aber wer weiß Kann mich auch irren Ist das cool So, Frost Tower Wo bleibst du? Da bist du Sonst muss ich gucken Ob wir vielleicht Irgendwie die Range Vom Dings aus kosten können So, kommen wir Ähm Genau, da sind sie Bam, 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 bam Auch wenn sie wahrscheinlich Ist das gekillt werden Ah, diese Affen Affenpfleger Ich finde ich jetzt nicht Ganz so toll Ich finde die Den Skill Ervor fand ich besser Und wie kommt mir das So, so planlos Ist dieser Skill Weil er einfach irgendwie Die Dinger rausschickt Die einfach Ich weiß nicht Irgendwo hinschießen Aber vielleicht nicht da Wo die ganzen Ballons sind Ich würde gerade sagen Der Affen Dings hat schon Zehntausend kaputt gemacht Der Eis Wart schon Zehntausend kaputt gemacht Dabei war das Der Bumerang War aber gewesen Achtzehn tausend Ach, da ist ein Dingens Gewesen Ein Roter Ein BFB Kann man hier sogar Was in die Mitte setzen Kann man hier sogar Was in die Mitte setzen Locker Von der Ranger Weiß ich aber nicht Ob der Superaffe Das packt Ha 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 What the fuck Der kann über die gesamte Map schießen Ich glaube das ist extra Für den Superaffen gemacht worden Mit einem Affendorf Aber auch Ha Holy shit Wie genial ist das Da hätte man sich die ganzen Anderen Affen sparen können Bei der Für die U-Bote Holy shit Leider keine Range Noch ein bisschen dazu Ist schade Hätte noch ein bisschen Da oben angreifen können What the fuck Ist das eine Range Ist das eine Range Oder ist das eine Range Leute Aber der macht auch ziemlich gut Schaden War ja halt auch die Die Pfeile komplett alles Da sind sie doch ganz krass Weil die Pfeile ja sowieso Über die ganze Map gehen Sie haben gar keine Sie haben gar keine Range Begrenzung Oh je 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 Komm mal Viele Ach Worüber habe ich Wovor habe ich denn Angst Bitteschön Hör Er hätte auch schon 5000 Fast gekillt Der Eist Und das ist ja auch nicht übel Ein Eisturm haut schon krass ziemlich rein Was kann man denn sonst ausgeben Was ich noch nie geskillt hatte Auf Maximum Den Mörserturm Wovor muss man auch ein bisschen Range kriegen Hier Da haben wir was Blumenmeister Zwei Blumenschichten Jeweils Okay Ich hatte den schon mal ziemlich weit geskillt Das war schon wieder gewesen Alter Schwede 125 Dollar Ist jetzt nicht natürlich nicht Fehlt zwei Münzen Aber die Münzen Die läppern sich halt über die Zeit 3 Oh 3 Oh mein Lieblingsmission Kennt ihr ja Die kennt ihr ja auch Oder Was kann man denn da perfekt Für ein Dings setzen Für ein Tower Könnte man Ah leider hat das keine So eine hohe Range Das ist schade Der Bumma Ist ja perfekt Wirklich Der ist ja wirklich perfekt Dafür Finde ich Komm mal ganz kurz Die ersten paar Runden Oder auch nicht Okay Wir werden das Ganze Mal leicht haben Ja Der müsste vielleicht Vielleicht mal auf der Stelle stehen Aber Hat dann doch nicht sowas gebracht Na okay Den müssen wir woanders Dann gleich hinsetzen Das hat jetzt nicht wirklich was gebracht Hm Ja es kommt Jetzt ist es doch nicht mehr so toll Mein D-Map Find ich gerade Sie war mal toller Ich weiß auch gar nicht Was ich am Anfang Mal für Tower hingesetzt hatte Früher Achso Dartfall Natürlich auch noch Logisch Da 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 Wie die Dartfall Einfach mal Dahinten Und vor Explodieren Hm Was gehen wir jetzt Könnte Könnte So ein Ding Jetzt gehen Bei den Bomben Tower Sollte ich jetzt mal Skillen Lassen wir uns Eine Affenaufhinbauen Das hätte ich vielleicht auch Wieder Feuer machen sollen Aber egal Ich mache ja nie das Was ich wirklich denke Hm Lass mich da was Einbauen Ich habe gerade was gesehen Na aber Gerade noch so Ein Ein bisschen was Na komm Go Moabloons Blitz Zu wenig Millionen Ballons Haben jetzt Aber mit dem Schnellstart Muss ich dann Macht das gleich Viel mehr Spaß Wenn man einfach Gleich direkt Mit ein bisschen Mehr anfängt Als nur Sich von Von 1 Immer wieder Hoch zu arbeiten Was aber auch Der Dauer Mega Auf den Sack Geht Alles fertig Von die Platzkraft Mal erhöhen lassen Gut Das ist auch egal Die Dartmagis Machen das schon Klebstoff schützen Da 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 Okay Wir haben schon wieder Ein Ding sind übrig Schon vor wenigen Runden Ich finde die Dartpfeile Viel cooler Als diese komischen Lagerkatapulte Weiß nicht Warum Ist einfach so Ansonsten haben wir Jetzt alles schon Maximum gebracht Den hier unten Vielleicht nach dem Mörser Auf den unteren Ebenen Signalgeber Das habe ich vergessen Achso Tama Das glaube ich Der Signalgeber Macht am Den wird schon 5 Sekunden lang Bedingst Natürlich Bombardiert Sie Wow Ist nicht schlecht Müssen wir auch Nach Maximum Kriegen Naja Viel kann er Hat noch nicht Machen Damit So Etwa Da kommen die Von dem Kreis Dann auch wieder mit her Jean Vanu Ich habe gehört U-Boote Ich habe gehört U-Boote Nein ich habe gehört Einen Tech-Shooter Mit einem Feuerring Mit einem mega Miesen Feuerring Höhere Angesgeschwindigkeit Können auch mal wieder So ein Scharfschützen Auf die Maximalstufe Bringen Habe auch mal wieder Bock drauf Der einfach Mal 50 Millionen Schichten Mit einem Attack platzen Machen wir hier mal Das Nagekörper Würde ich sagen Oder Und hier wurde mir geraten Das auf letzten Zu machen Das ist auch Natürlich eine gute Idee Weil der Der Dings Hatte den letzten Angreift Was auch nicht Gerade schlecht ist Weil er hat nicht Den ersten Und den ersten Verfolgt Sondern den letzten Und da sind Davor immer welche Davor sind immer welche Vor dem letzten Das wäre nicht letzter Also wäre der einzigste Einzige Oh, der eine steht Ein bisschen dumm Der haut den Nagels Nämlich in den Dings rein In den See Aber naja So ist das halt 5000 6000 Money Radarscanner auch noch Auf jeden Fall Zack Damit der Der Feuerring Dann auch noch Der Der Reißnagel Die Tamarokse Wo man kann So Dann machen wir Die Mal wieder Den haben wir Auch schon lange nicht mehr Mit einer Pineapple Dabei schießt schneller Zack Die Pineapple haben jetzt schon geskillt Genau Die Pineapple wird jetzt schon hingesetzt Wir können auch eine O machen Ich glaube das O ist besser O ist wesentlich besser 8200 Money Holy Was haben wir hier Fliegen die Fassung für den Blumenuntergang Oh, er muss noch eins Gern würde ich sagen Äh, zu fett Zu fett Und auch hier geht's noch Hier habe ich noch die Range Der kann natürlich erst eine Acht machen Das ist okay Operation Pfeilstum Mehr Pfeile gleich Sieg Wow Der riecht bitter aus Er So ein Tarnkappenflugzeug Der fehlt jetzt aber Oh, der muss auch noch Duft einfach nicht eine Bombe ab Die wahrscheinlich Alle Moops kaputt macht Und zerstört Die alle Benutzer stimmt Die und Moop Klasse schaden zu fügt Ich brauche mehr Pflegeraffen Pflegerasse So, wenn man mal weiß nicht Was machen wir denn Niedernebensystem Okay Jetzt haben wir zwei Dafür ist eigentlich noch Ein hinskillen Wobei kann man hier Pimpers echt nix mehr Ist ja echt ärgerlich Sollen wir mal ganz los Erstmal starten So Hier fingen gerade so viele Pfeile durch Das ist Wahnsinn Und so viele Ananas Werden da hingesetzt Ich sehe meinen eigenen Mausgehörser Nicht mal mehr Ist ja das Schlimme daran Oh, Moopkiller haben wir noch gar nicht Du weißt du Die Fähigkeit ist Aber das nehmen wir Das gehen wir trotzdem Was haben wir sonst für Fähigkeiten Nur den Moopkiller bisher Ich weiß gar nicht 60 oder 65 War es immer gewesen Ich glaube auch Runde 65 Oder Jetzt können wir hier mal Den Superaffen In den Skin Er ist die Laserstrahlen Affenpfleger Spurgestalt Fliegende Festung Für den Blumenuntergang Sehr schön Der müsste dann Oh der kann auch gar nicht Der hat noch schnell Feuer Spionage Und der müsste Dann hier Wo ist er denn Ach hier 18.000 Teuer Sehr stolzer Preis Wenn wir den hier Masken 16.200 Kriegen wir Gäldig glaube ich Hin Zur Noten Es hat ein paar Die Verkaufen Ein paar Gebäude Um es euch zu zeigen Muss man Mauscursor Da ist er Und Okay Jetzt ist er vorbei Also Der ganze Der ganze Radau Hier Oh da kommt der erste BfB den wir glaube ich Ohne Dings kaputt machen Ohne Häcksler Oder Weiß gerade gar nicht Okay 16.200 Sollten möglich sein In den vier Runden Noch 8.000 Noch Das ist jetzt Hier so viel Wenn wir ein paar Mehr Ballons kommen Wollen Wäre ganz cool So Er hat schon 5.000 Kaputt gemacht 4.000 6.200 8.400 Ich will die Spukgestalt Auf jeden Fall Haben Dann haben wir Noch etliche Ballons kaputt gemacht 6.000 Noch 5.000 4.000 Levelaufstieg Ab und wie Als Explosionsort Fähigkeit Wurft Eine Vernichtende Bombe Die All Blumen Zerstören Der Mob Klasse Schaden Zufügt Aber Das heißt Wir Haben Jetzt Auch Den Verkaufen Super Affen Verkaufen Zack Holy Shit Das ist ja Aus Den Titan Bomber Und Der Schießt Extrem Krasse Pfeile Dahinter Eieieiei Okay Wir Mal Ganz Was Fürs Freie Spiel Mal Testen Wobei Die Kommen Ja Mal Vorbei Seht Ihr Wie Viele Wie viele Explosionspfeile Da Geschossen Wären Ach Du Kacke Das Ding Ist Richtig Krass Teuer Aber Richtig Krass Abfluss Freigestalt Aufgestiegen Für Experten Aber Ich Würde Sagen Wir Machen Das Mal Auf Mittel Das Ist Nämlich Scheiß Egal Wir Haben So Viele Maps noch Vor Uns Da Komm Ruhig Erst Mal Die ganzen Level Skillen Wie viele Maps Haben Wir Die Langstrecke Und Die Krippen Becher Machen Werden War Später Machen Die Langstrecke Werde Ich Mit Fallschuss Gewähren Absorben Das Weiß Ich Jetzt Schon Bei Dies Ziemlich Gut Vielleicht Könnte Man Das Sogar Am Nächsten Partner Machen Die Langstrecke Aber Erstmal Was Das gewesen Wir Wenn Nicht Aber Kostet Natürlich Auf Stufe 1 Schon Ne 2 Nur Doch Gar Nicht So Teuer Nun Gut Das War Es Gewissen Auf Jedenfall Rang 48 Sind Wir Mittlerweile Und Dann Sehen Wir In Nächsten Folge Von BTD 5 Bis Dann Bye Bye